Jo, das Video hab ich auf jeden Fall gefeiert, hab ich gefühlt, Bruder. Da gibt's von mir auf jeden Fall den Like. Ähm, ja. Ups. Ach, Dusch. Warte mal ganz kurz, ich hab auszusehen meine Facecam ins Nirvana gezogen. Genau. Ähm. Wo ist meine Cam hin? Wo ist die Cam hin? Ich schwöre, ich hab die irgendwo hingezogen. Sie ist einfach weg. Hallo, wo ist die Kamera hin? Bitte. Ähm. Video konfigurieren. Wie mach ich das jetzt? Ich hab die halt komplett aus dem Bild rausgezogen. Ja. Was mach ich denn jetzt? Ähm. Kann ich hier irgendwie den Wert vielleicht, wo das Ding sitzt? Irgendwie einstellen? Alter 4, sagt ihr? Äh, stell dir mal vor, irgendwann würde ich das halt wirklich drücken. Irgendwie, irgendwie. Ähm. Ja, also. Okay. Jetzt ganz kurz überlegen. Wie könnte ich das Problem jetzt lösen? Ich könnte einfach eine neue Quelle machen, aber dann muss ich die Cam wieder. Egal. Dann müssen wir das jetzt leider so machen. Steuerung Z, sagt ihr. Da passiert ja nichts. Warte. Wieso? Ich hab die aus dem Bild rausgezogen. Wieso? Die ist jetzt einfach lost. Die Szene ist einfach lost. Genau. Hey Junge. Wahrscheinlich insgesamt 21 bester Streamer. Hey Junge. Ach Mann, jetzt komm. Mach's doch einfach zurück. Das ist doch scheiße. Ich, ich, ich bin doch neu hier. Ich krieg Anruf. Ja. Jo, Digger. Elektrozyte meinte zu mir, du sollst Rechtsklick auf OBS machen, dann kannst du Cam zentrieren drücken. Auf die, auf die Szene oder worauf? Ja, auf die Cam kannst du Rechtsklick machen, meinte er. Und was hat der denn gesagt? Und dann auf OBS. Auf die Webcam. Und dann auf was? Rechtsklick. Äh, Cam zentrieren. Warte. Skalierungsfilter. Oder Bildrand links zentrieren, meinte er. Warte, warte. Ach, ich hab's. Ja, da bin ich wieder. Geil. Digger, Ehre, Mann. Ich küsse deine Augen. Danke dir. Ja. Ciao, ciao. Danke. Das sind wahre Ehre, Leute, die hier mit am Staffel. Oh Mann, Digger. Was ist nur mit meinem Leben los? Ja, wir haben's geschafft. Grüße geht raus. An Elektrodite. Ey, Junge, mein Kopf wird immer so rot. Ich kann's nicht nachvollziehen. Ich schwöre, ich hab manchmal das Gefühl, mein Kopf platzt. Oh. Elektrodite, Neemote, ab in die Kommentare. Elektrodite, 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 Elektrodite. Untertitelung des ZDF, 2020